Brennet ihr Schweine, brennet! Ich muss sagen, der Brandschaden, den ich bekomme, ist gar nicht so schlecht. Ja. Ich bin leer! Was denn? Was ist denn? Dein Typ schreit, ich bin leer! Und dann gucke ich dich an und dann hast du keine Waffe in der Hand. Du ziehst gerade nur mit leeren Händen. Okay. Jetzt? Ja, jetzt hast du keine Waffe in der Hand. Oh Mann. Ich bin leer! Ja, das habe ich gesehen. Und jetzt trinkst du wieder keine Waffe. Ich glaube, deine Waffe ist ein bisschen verpackt gerade. Okay. Das ist die schlechte SMG. Achso. Nicht SMG, sondern die Assault Rifle. Die ist so schlecht, dass man sie nicht sehen kann, ja? Wenigstens der Schiedel sitzt immer noch da, wo er sein sollte. Papa klärt doch schon! Du dreckige Vase! Hoppla. Alte Beweismittel müssen auch sterben. Verzieh dich! Na, Krug? Jetzt bist du nicht mehr so mutig, ne? Jetzt schubst du nicht mehr meine kleinen Lieblinge um. Arschloch. So. Ich habe ihn verkrüppelt. Da! Ich habe dich verkrüppelt, Pahuis. Tut mir leid, aber... Ab jetzt bist du keine Gefahr mehr für mich. Ich glaube, er gehört zu den Wärtern, die hierher müssen, oder? Mal gucken, ob er sich hier holt. Ach, was ist das? Ja, los. Na los, Pahuis, beeil dich! Du bist ein bisschen langsam. Ich finde das total scheiße, dass man nach dem Essen duschen geht. Was soll'n' das? da kommt ein geschlicht so naja bis er ankommt ist der jobfischer gegessen ja ich glaube du wirst irgendwie doch den job verlieren man muss dazu sagen er strengt sich an er ist verkrüppelt aber er arbeitet immer noch er könnte zum arzt gehen aber er tut es nicht er kommt nicht von der stelle ist das bitte ich glaube ich habe nicht seine füße verkrüppelt ich glaube ich habe seinen kopf getroffen oder ist das möglich kann ich alle so verprügeln ach so jedes mal wenn ich nach hause gehe wird übrigens mein inventar automatisch gespeichert das ist natürlich sehr interessant zu wissen was wir einsammeln können was bist du vielleicht kann ich aus dir ein medikit herstellen verziehe ich dieses mistvieh ne kommt das einfach aus dem nichts kann das sein dass ich auf seinem nest gebaut habe hat er hier eier gelegt du wirst erklären warum die alle so wild auf mich sind ich habe mir fehlt einfach die energie das ist so grausam kann ich einfach noch eine auf zu kämpfen dreckiger camper du bist ein kircher ich wusste dass du bist dreckiger camper ich fasse das nicht bekomme ich von zu hause und da greift er mich an oder was es ist so als würden die zeugen gehovas von meiner tür warten und warten bis ich rauskomme x korridor alter nein verpiss dich ganz ehrlich was soll der scheiß geh nach hause gibt es nichts zu fressen für dich so mieser pisser also ich soll mich mal in ruhe lassen alter das ist das ist doch nicht dein fucking ernst ich bring dich jetzt um das war's hier na wie gefällt dir das tot zu sein macht ihr das spaß macht ihr das spaß dort zu sein ja jetzt verpiss dich hier will ich nicht mehr sehen so ein dreckiger wichser was hast du davon alter so ein bisschen besser ich glaub's nicht